Mini-PV-Anlagen erfreuen sich großer Beliebtheit, vor allem bei Mietern und Wohnungsbesitzern. Damit kann jeder kostengünstig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dabei langfristig noch Geld sparen. In diesem Video zeige ich euch 5 Nachteile von Balkonkraftwerken. Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. Schreibt doch gerne mal eure Meinung zu Balkonkraftwerken in die Kommentare. Kommen wir zum Nachteil Nummer 1. Eine begrenzte Einspeiseleistung. Die Einspeiseleistung von Balkonkraftwerken ist gesetzlich vorgeschrieben und beträgt aktuell noch 600 Watt. Die Solarmodule dürfen insgesamt eine höhere Leistung erzeugen, jedoch muss der Wechselrichter die Einspeiseleistung auf 600 Watt begrenzen. Nachteil Nummer 2. Keine Vergütung des eingespeisten Stroms. Wer den Strom eines Balkonkraftwerks nutzen möchte, muss diesen unmittelbar zum Zeitpunkt der Erzeugung verbrauchen. Wenn der erzeugte Strom jedoch nicht vollständig durch die Haushaltsgeräte verbraucht wird, findet eine Einspeisung des Überschusses in das öffentliche Stromnetz statt. Die Einspeisung wird leider nicht vergütet. Nachteil Nummer 3. Austausch des Stromzählers erforderlich. Wer noch einen alten Stromzähler ohne Rücklaufsperre besitzt, benötigt einen neuen Stromzähler. Die alten Ferraris Zähler ohne Rücklaufsperre würden bei einer Einspeisung in das öffentliche Stromnetz rückwärts laufen, was aktuell nicht erlaubt ist. Wenn ein Tausch des Stromzählers erforderlich ist, müsst ihr auf euren Netzbetreiber zugehen. Ihr könnt beim Netzbetreiber anfragen, ob eventuell ohnehin schon ein Zählertausch geplant ist. Denn dann werden die Kosten in den meisten Fällen vom Netzbetreiber getragen. Wenn ihr jedoch den Wechsel beauftragt, können Kosten auf euch zukommen. Bei sehr alten Zählern wird vom Netzbetreiber auch zusätzlich noch die Modernisierung des Zählerplatzes gefordert, was zu weiteren Kosten führen kann. Die Mieter unter euch sollten auf jeden Fall auf ihren Vermieter zugehen, da dieser in der Regel für Modernisierungen verantwortlich ist und die Kosten übernehmen müsste. Zu diesem und weiteren Punkten wird sich zukünftig wahrscheinlich etwas ändern. In meinem Video zum Positionspapier des VDE erfahrt ihr mehr dazu. Nachteil Nummer 4. Der Balkon ist nicht immer ideal ausgerichtet. Eine PV-Anlage erzeugt am meisten Strom, wenn die Solarpanelen in Richtung Süden ausgerichtet sind. Im Idealfall mit einem Neigungswinkel von 30 bis 35 Grad. Werden Balkonkraftwerke mit einer anderen Ausrichtung installiert, sinkt der Ertrag. Die Amortisationszeit verlängert sich dadurch. Wer die Möglichkeit hat, sollte für einen geeigneten Neigungswinkel sorgen. Wer die Panelen auf einem Flachdach oder auf der Rasenfläche anbringt, hat sogar noch Spielraum, was die Südausrichtung angeht. Aber selbst wenn die Anlage nach Westen oder Osten ausgerichtet ist, kann noch mit einem Ertrag von etwa 450 Kilowattstunden gerechnet werden. Am wichtigsten ist, dass keine Beschattung vorliegt. Denn selbst bei einer kleinen Beschattung bricht der Ertrag der gesamten Anlage stark ein. Nachteil Nummer 5. Uneinheitliche Vorgaben und Normen. Eine steckerfertige Solaranlage ist einfach installiert und schnell angeschlossen. Etwas bürokratischen Aufwand gibt es dann aber doch. Das Anmelden beim Marktdaten- Stammregister ist noch einfach. Doch das Anmelden der Anlage beim örtlichen Netzbetreiber stellt je nach Anbieter manchmal eine kleine Hürde dar. Es ist gut die Nachteile zu kennen, aber lasst euch von den noch kleinen Hürden und Nachteilen nicht davon abbringen, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Jeder kann etwas zum Klimaschutz beitragen. In meinem Video 8 Vorteile von Balkonkraftwerken zeige ich euch auf, warum sich ein Balkonkraftwerk für euch lohnen könnte. In einem meiner nächsten Videos gehe ich auf die Förderung von Balkonkraftwerken ein. Abonniert also gerne den Kanal, dass ihr nichts verpasst. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!